Hallo, 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 werte Freunde. Heute beginnt das sagenumwobene Überlebensspiel von Neuem. Denn heute ist der neue Killer erschienen, beziehungsweise gestern schon. Und heute nehmen wir das erste Mal auf und ich bin mega gespannt. Ja! Hallo, ich auch. Ich bin mega gehibbelt und gehypt und es wird so cool. Wir haben Detective Tab und der kam jetzt mit dem Saw-Chapter dazu. Und oh mein Gott, warte, ich spiel erst mal, ich spiel mal auf Nummer sicher gerade und spiel Billy. Der hat nämlich Borrowed Time. Und ich opfer mal gar nichts, ich mach mich einfach nur bereit. Ja, Becci, hast du schon gelesen, was der neue Killer alles kann? Also, umgekehrte Bärenfallen habe ich nur gelesen und dann war es schon aus bei mir, weil ich dann gedacht habe, okay, das wird einfach nur insane werden. Also Freddy war ja für mich schon ein absolut geiler Killer mit dieser neuen Spielmechanik. Und dass sie jetzt wieder sowas aus einem Horrorfilm so reinholen, ja, das ist einfach so genial und so geil. Und ich kann mir gerade noch gar nicht vorstellen, was gleich passieren wird. Und ich hoffe so sehr, dass die Leute jetzt gerade den neuen Killer einfach sehr, sehr viel spielen und dass wir gleich einen bekommen. Oh ja, das hoffe ich auch. Also man hat es gerade auch noch mal im Tooltip gelesen, das Schwein, so heißt der neue Killer aus der Jigsaw-Reihe. Wenn der kriecht, beziehungsweise hockt, hat der keinen Terrorradius anscheinend mehr, hatte ich gelesen. Und kann nicht aus dem Hinterhalt heraus angreifen, wie halt auch in den Filmen, so ein bisschen von, ah, ist so geil. Und er setzt dir wirklich umgekehrte Bärenfallen auf den Kopf. Und die kann man nur lösen, indem man auf der Map Kisten öffnet, worin sich Schlüssel befinden. Und die müssen dann dazu passen. Und du denkst einfach nur so, what? Oh Gott, ey. Ich glaube einfach, wenn ich einen Schlüssel finde, der nicht zu mir passt, dann laufe ich erstmal zu dir und schraube, ob bei dir passt. Ja, damit ich wenigstens dich retten kann. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, ob wirklich jeder Schlüssel wirklich dazu passen muss. Aber ja, das ist eine sehr gute... Oh Gott, wir starten direkt. Oh yeah, gleich neue Map. Gideon Fleischfabrik. Oh Gott, das ist wie im Film. Oh mein Gott. Da liegt so ein Typ und der ist tot und urviel Blut ist hier bei mir. Und da ist diese Badewanne und da ist eine Kiste. Oh mein Gott, wieso startest du an dem coolsten Ort? Ich starte beim Ausgang. Also ich starte quasi da, wo der Film auch beginnt. Oh krass, geil, ja. Wo der Typ sich den Fuß abhacken muss. Mega geil. Nice. Okay, ich habe eine Kiste, die ich suchte, aber da ist nur ein Dings drin gewesen. Oh Gott, ich will am liebsten wieder stundenlang erstmal hier auf der Map rumrennen. Ich habe übrigens keine Bärenfalle über dem Kopf oder sowas. Ich auch noch nicht. Also ich denke, das musste er einem erst geben. Verpassen. Oh Gott. Hier, ich bin in so einem Raum, da sieht man das mit der Bärenfalle und ganz viele Monitore und so. Oha, das ist wahrscheinlich so dieser Operatorraum. Ja, ja, ja. Ich glaube auch. Ja, ja, ja. Ich bin hier im Operatorraum. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott, ich will... Sorry, ich will gerade gar nicht. Ich will es mir gerade einfach nur angucken. Hier ist so ein Bettchen. Oh meinst du, die haben diese kleine... Oh Gott, hier ist Blut. Meinst du, die haben diese kleine Puppe auch noch eingebaut? Es wäre so genial. Es wäre mega gut. Es wäre wirklich genial. Also, ich habe... Oh ja, ich sehe, du läufst weg. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Oh, da kommt doch immer so ein Vieh angekraucht. Alter. Hilfe, Mann. Fick dich. Oh mein Gott, ich habe mich so... Ich hatte Vorwarnung und habe dann nur noch gehört, wie du gedingst. So, ich habe jetzt gleich den ersten Generator fertig. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ey, das glaubst du gerade nicht. Oh, jetzt habe ich eine Tür geöffnet. Ja, wie geil. Was ist denn das hier für Kacke? Warte mal. Okay, ich habe jetzt eine Tür geöffnet. Oh, da ist ein Pornokeller. Oh mein Gott. Boah, die Map ist ja richtig geil. Ich meine, ich mag keine Gebäude. Das weißt du eh. Ja, ich auch nicht. Aber die Map schaut so cool aus. Ey, ich bin auch gerade... Bin ich ja... Ich bin recht schnell entkommen, muss ich sagen. Ich habe die Puppe gefunden. Ja. Ja. Oh mein Gott, mega nice. Wo bist du? Wo bist du? Ich will aufgucken. Ich bin quasi unter da, wo du gestartet bist. Und da ist die Puppe und da sind so... Da kann man seine Hände reinmachen und... Oh, wie geil. Oh mein Gott, ich muss es mir gleich angucken. Ich laufe jetzt mal erstmal weiter. Oh Gott, ich muss den Generator jetzt erstmal machen, weil sonst mache ich hier gar nichts mehr. Alter, ich habe mich so erschrocken, weil du siehst, es ist halt... Oh, ich sehe hier auch rum mit Crouch. Oh Gott. Ich sehe dich rennen. Das Gute ist, wenn sie so crouch, kannst du ihr super schnell entkommen. Ich bin gerade auch super schnell entkommen. Ja, ich auch. Ich habe mich echt gelaufen. Ja, ich sehe dich, wie du da hockst. Ja, ich laufe jetzt dem anderen nach. Oh, bitte. Ich hoffe, die laufe hat sich an mir vorbei. Oh Gott, aber... Aber ohne Scheiß, auf einmal siehst du sie dann halt einfach auf dich zukriechen mit som Schweinsgesicht auf. Ey, ich habe mich so erschrocken. Willst du zu mir kommen? Also ich sitze hier... Ja genau, wenn du geradeaus weiter rennst, einfach durchrennen quasi. Mhm. Und dann sitze ich hier... Ah ja, ich sehe dich. Genau, sehr gut. Boah, da sind uffene Löcher, wo man runterfallen kann. Da sehe ich gleich den nächsten Generator. Wo wir hin können. Und dann zeige ich dir mal kurz die Puppe, wenn du möchtest. Oh Gott, Alter. Ich habe mich lang nicht mehr so krass... Oh, die Schweine! Ja, ist krass, ne? Das war mein Lieblingsteil. Saw 3 war das. Und das war... Oh, da habe ich mich fast angespielten, wie ich das gesehen habe. Weil die Schweine werden da so... Oh, das ist ja so geil. Die Schweine werden nämlich... Die sind gammelig. Ja. Und die werden zerschreddert und kommen dann in diesen Dings da rein, diesen Trog. Und auf dem Trog unten am Boden liegt jemand, der angekettet ist. Und der kriegt dann diese ganzen vergammelten Schweine in sein Gesicht schüttet. Boah, ich habe fast gekotzt. Oh, krass, die Tür geht hier wirklich auf. Ja, genau. Da geht so die Tür auf. So, komm mit. Ja, wollen wir den vielleicht erst mal retten? Weil der hat jetzt... Ah ja. Warte mal. Ne, okay, da ist noch jemand anders noch, der darauf hinzuläuft. Der hat jetzt auf jeden Fall diesen komischen Dings. Warte, ich zeige dir kurz noch die Puppe. Die war nicht da irgendwo. Okay. Ah, na, warte mal, die war doch nicht da. Oh. Bin eh voll falsch. Noch keine Orientierung auf diese Map. Ach doch, da ist sie. Da ist aber eine andere Puppe. Oh Gott, da ist sie, da ist sie. Und sie rennt hier direkt. Und wir haben aber geliebene Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice, nice, nice. Ich bin dabei am anderen nicht. Okay, der muss jetzt, der muss jetzt... Der muss jetzt den Dings finden. Ja, und zwar hier. Ich glaube, das ist hier diese Kiste. Das ist das da. Ich heile schnell. Ja, ich komme dazu. Guck mal, das piept. Hörst du das? Ja, das ist ja so eine Cheeksock. Ja, 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 genau. Nee, also so eine Falle, so eine Ben. Aber das ist so... Genau, er muss jetzt... Oh Gott, im Himmel. Oh mein Gott, ist das geil. Komm weg, wir machen den Generator noch. Ah, okay, ich dachte, wir schauen ihm noch zu. Ach so, ja, gut, können wir auch machen. Wie sein Hirn jetzt gleich weg explodiert. Oh Gott, guck mal. Ja, nice, sehr gut. Also anscheinend ist es aber wirklich so, eine dieser Kisten ist für alle Dinger, oder? Du musst jetzt nicht deinen passen. Nein, nein, es gibt... Ja, ich glaube, es gibt mehrere. Also ich habe jetzt die Kiste... Das ist ja ein zweiter mit Cheeksock. Ich habe ja vorhin auch schon eine andere gesehen. Ja. Und das war nicht die. Okay. Also es gibt mehrere Kisten dann einfach auf dem Map. Oh Gott, das ist so geil. Das ist so geil. So, meine Kiste verbraucht... Ah doch jetzt. Hinter uns geht es auch. Okay. Schauen wir mal da rein. Ja, oh mein Gott, ist es dieses Eisding, wo die eine dann wieder... Oh, ja, wo sie mit der Zunge kleben bleibt. Ah, geil. Ich muss ja wirklich sagen, also Saw 1 habe ich oft geguckt, aber die anderen teilweise echt gar nicht mehr, weil mir... Oh, ich bin eingefroren. Ernsthaft? Ja. Ich kann nicht weitergehen, weil ich eingefroren bin. Ich kann dich aber auch nicht rausholen. Ach so. Ich kann gerade nicht... Ich glaube nicht, dass du eingefroren bist. Ich glaube, du backst gerade. Kann das sein? Das Spiel backt gerade, ja. Ich glaube auch. Hä? Aber bei mir backt es auch, weil der andere Typ, der Sneaky Squirrel, der verliert auch gar keine Lebensenergie gerade beim Haken. Ja, irgendwie ist gerade alles rip. Na gut, dann habe ich in der Zeit noch Zeit, mir die Map anzugucken. Aber hören tust du mich noch, ne? Ja, ich höre dich noch. Alles gut. Ich glaube, das Spiel ist gerade einfach gecrashed. Ja, ich glaube auch. Weil, wie gesagt, hier... Ich kann zwar noch rummachen... Ich dachte jetzt, das ist so ein Easter Egg, so nach dem Motto. Weil du halt durch das Kalte gegangen bist, ist jetzt erst mal, dass du... Ah, das sieht so cool aus, da. Ja, aber... Ja, nee, ist vorbei. Ist vorbei. Schade, mega, mega schade. Ich denke mal, der Killer hatte irgendwie Disconnect irgendwie. Oder ist rausgeflogen vielleicht, sowas. Schade, ey. Aber immerhin hatte ich dann ganz kurz Zeit, mir das nochmal an... Aber das ist so cool, Mann. Verdammte Axt, ey. Da hast du einfach nur Schiss. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr wegen einem Killer so geschrien. Oh, so geil. Gut, dann ab direkt in die zweite Runde. So, da sind wir wieder. Und jetzt können wir ja auch mal den neuen Überlebenden vorstellen. Detective Tapp. Können wir mal Charakterinfo machen. Detective David Tapp war einer von den Guten. Seine Entschlossenheit, Killer ihrer gerechten Strafe zuzuführen und ihren Opfern Genugtuung zu verschaffen, hatten ihm eine lange und respektable Karriere eingebracht. Als er die Details des Jigsow-Falls zum ersten Mal zu Gesicht bekam, wirkte dieser wie viele andere. Grausiger und makaberer, gewiss. Aber im Grunde einfach nur ein weiterer Verrückter mit einem Hang zum Dramatischen, der bald hinter den Gittern sitzen würde. Oh Gott, das ist noch ziemlich lang. Das müssen wir uns mal bei Gelegenheit durchlesen. Oh Gott. Ich finde es so cool, dass es so kleine Storys immer gibt. Oh ja. Oh, guck mal. Also nichts hält dich auf. Beharrlichkeit klingt ganz gut. Oh, Tapps Verdacht. Generatoren werden dir in euren Truhen und Totems innerhalb von zwei... Oh, das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Werden Generatoren der Karte hinzugefügt. Observierung. Oh, wenn du dem Killer näher kommst, erfüllt dich das mit Entschlossenheit. Okay, warte mal. Warte mal, jetzt habe ich... So, schnell noch auf Bill gewechselt. Und du spielst direkt... Oh! Ja, jetzt habe ich, weil ich dich rumgewechselt habe. Weil ich habe jetzt noch gelesen. Oh Gott. Gott, die... Sorry. Ich habe es auch gerade in den letzten zehn Sekunden gesehen. Ja, ja. Aber egal. Ist doch geil. Dann spielst du den mal. Ja, toll. Dann siehst du den mal. Ich habe ja gar keine Perks. Egal, egal, egal. Das wird super gut. Oh, geil. Okay, ich glaube, Detective Tapp wird einer der nächsten Überlebenden sein, die ich leveln will. Aber ich glaube, ich will erst mal Mac zu Ende. Ach, ich weiß nicht. Oder vielleicht will ich auch wirklich mal Jigsaw an sich so... Oh, das könnte auch cool sein. Oh Mann, ey. Das ist... Also bisher... Also ich meine, bisher haben mir eigentlich fast alle DLCs sehr gut gefallen. Ja. Das... Also die da so kamen. Ja. Das, was mir bisher am wenigsten gefallen hat, war eigentlich Leatherface. Ja, ja. Aber das war ja auch kein DLC, was man sich kaufen hat müssen, oder? Äh, doch. Ich glaube schon, oder? Leatherface musste man sich auch kaufen. Oder war der umsonst? Ich glaube, der kam umsonst. Das kann sein, ja, kann sein, dass so als Weihnachtsgeschenk, glaube ich, als dieses Aktionsding da kam. Ich weiß, also auf jeden Fall Leatherface hat mir als einziger Bisschenkiller bisher nicht gefallen. Mhm. Ähm. Und alle anderen sind einfach geil. Ja. Also... Also ich finde es halt auch einfach schön, wie hier... Also ich finde es halt einfach toll, wie hier diese Filme in dieses Spiel eingebaut werden, weil es perfekt passt einfach, diese Killer hier, also diese Spielkiller, also die Filmkiller hier in das Spiel zu integrieren. Ja. Ich finde, es passt wie die Faust aufs Auge einfach. Ah, das ist so cool. Klar, das, äh, der DLC jetzt hier, der Jigsaw-DLC, der kostet auch wieder 6,99, aber ich finde, das ist noch ein moderater Preis irgendwie. Also, weil ich finde halt irgendwie auch mit dem neuen Killer hat man ja dann auch wieder mehr Spielspaß, also mehrere Stunden wieder mehr Spielspaß hinzugewonnen, mehr Content dann irgendwie. Also ich finde es okay, weißt du, wenn jetzt jedes DLC... Vor allem darf man auch nicht vergessen, dass, ähm, ich schätze auch mal, dass es gerade bei Freddy und gerade, also jetzt bei diesen, äh, Film-Killern, ja, darf man nicht vergessen, dass die Lizenzen vermutlich auch sicher unheimlich teuer sind. Ja. Und ich starte schon, also wir starten schon wieder auf der neuen Web. Ja. Und ich starte wieder bei dem Schweinetrog. Ach, das ist das Gefühl. Das war so arg, Leute. Also wenn ihr schon über 18 seid, man kann da hinabsteigen. Oh! Oh mein Gott, ich will da auch hin, wo du bist. Geil! Jetzt bin ich da so voll in ein Loch reingefallen. Wie cool. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist Dings, es ist, ähm, nein, 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 es ist, äh, Okay, es ist einfach so viel. Oh mein Gott, ich stehe jetzt bei einer nackten Frau, die ist in so einem Käfig drin und die hat auch diese Falle über dem Kopf. Fuck, 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 ich muss erst mal gucken, wie ich hierdurch rauskomme. Oh Gott. Und Michael ist verdammt schnell. Oh, ist Michael? Ja. Oh, es ist so cool, dass hier einfach so viele geile Sachen, ich, jetzt, ich schaue heute so, glaube ich. Heute werde ich einen Horrorfilm machen. Ja, ich fand es so, wie gesagt, also. Oh, da ist wieder was Totes. Oh, in dem Sinne, der Kopf ist ganz schön explodiert. Ich mache mal das Totem hier. Oh, der macht, oh, die Geräusche der Polizisten. Ich frage mich, ob man ein Live-Bild wirklich hat in diesem Operator-Raum. Weißt du? Nee, ich glaube nicht. Also, ich bin hier im Operator-Raum und da krisseln die Bildschirme einfach nur. Michael ist übrigens bei mir, also im Raum mit mir. Er hat mich aber nicht gefunden. Oder vielleicht hat er mich gefunden und hat mich nicht verschwunden. Oh, shit, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Läuft mir nach. Okay, ich setze mich schon mal an den ersten General. Shit, shit, shit. Er war aber auch verdammt schnell, muss ich sagen. Also, irgendwie kam er mir ziemlich schnell vor. Vielleicht, das sorgt da, dass ich nicht gestoppt. Ja, das kann sein. Okay. Ah, nee, aber. Okay, bin ich erst mal los? Sehr gut. Okay, das war aber jetzt irgendwie. Ja, ich bin ihn auch ziemlich schnell los geworden und. Vielleicht ist er auch noch so von der Map begeistert. Ja, wahrscheinlich guckt er sich erst mal alles an. Kann ich echt verstehen. Bist du, das leider kommt hier in den Operator? Ja. Cool. Hallo. Du siehst voll cool auch was mit deiner Polizeimarke so. Dankeschön. Ich finde mich auch ziemlich sexy, muss ich gestehen. Ich finde, das ist ein geiler Charakter, den sie dann halt machen. Da wurde alles zusammengebaut, ja. Weißt du, was mich bei Saur dann zum Schluss irgendwann gestört hat? Aber am Anfang war das so eine coole Idee, weißt du, mit Entscheide, ob du dein Bein abschneidest. Ja, genau. Oder die Kette durchsägst oder sowas, ja. Und dann wurde das urkompliziert. Ja. Weißt du, mit den ganzen Flashbacks und das hatte doch irgendwas mit Teil dem zu tun. Und ich hatte dann irgendwann einfach keine Ahnung mehr. Wo bist du denn da hingelaufen? Ich bin einfach runtergesprungen. Achso. Wieder mal durch einfach in ein Loch. Ich hatte dann einfach keine Ahnung mehr. Ah ja, da war ich schon. Ah, da ist diese Frau, schau. Bist du da? Ja. Oh, krass. Und ich hatte dann keine Ahnung. Lass mal links rumgehen. Ja. Was, wie, wo, wer, wann, mit wem und... Oh, ich hab hier Pferdschlag. Lass mich bitte einmal... Ah, gut, okay. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich hab ihn auch schlagen gehört. Ich geh mal hoch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich geh hoch. Ah, er kämpft. Ah ja, er kämpft, ja. Gut, ich könnte mit geliehener Zeit trotzdem runterholen. Na, dann probier mal. Ich lauf da mal weiter. Weil irgendwie hat noch niemand der... Ich mein, spielen wir nur zu dritt oder zu zweit? Nee. Weil der andere hat noch keine Generation gemacht. Der Pikachu at Yellow. Ja, wir sind gerade alle beim Killer gewesen. Achso. Ah, hier ist der Ausgang. So, ich hab jetzt ja die Kiste gelootet. Ausgänge. Ich hab doch gar keine Ausgänge gesehen. Also, ich glaub, ich... Decken funktioniert hier auch nicht so toll, wie ich's mir vorgestellt habe. Okay. Oh, fuck. Sollte ich gerade King Kong sagen, aber der heißt King Dog. Hat der kein Borrowed Time gehabt? Doch, hatte er. Oder war das jetzt... Ah, das war der andere. Vorsicht, er kommt. Oh, geil. Oh, das ist ja mega cool. Ja, 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 genau. Oh, wie geil. Den ersten fünf, wie gesagt, fand ich auch noch mega interessant einfach. Ja, das ist schon cool. Also, das, was mich dann halt einfach gestört hat, dass dann einfach so gefühlt so sinnlos nur noch ums Schnetzeln ging, weißt du? Dass dann einfach so... Also, ich fand auch im ersten Teil war die Story so mega cool einfach auch. Und so mega spannend auch so. Wem kannst du vertrauen, wem nicht? Den zweiten fand ich auch noch wirklich gut. Aber dann irgendwann wurde mir die Reihe halt zu kommerziell und zu schnetzlerisch halt quasi. So, Vorsicht. Also, ich mach's bis drei eigentlich recht gerne. Und dann ist er bei mir auch eigentlich Ende Gelände gewesen. Ah, dann war's halt noch mal dieser Eisraum. Mal schauen, ob ich da noch mal einfriere. Ah, ja, und dann muss er da den Schlüssel greifen und kommt mit seinem Gesicht an den Dingern an und klebt da fest. Oh, das ist so geil. Und vor allem... Oh, das ist einfach eine superschöne Map. Ja. So, ich hab mich dem einen gerade in den Weg geworfen, war aber jetzt nicht so effektiv. So, ich glaub, er rennt hinter mir. Nee, er rennt nicht hinter mir. Nein, 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 er rennt gar nicht her. Ich seh ihn. Ich bin auch da. Ja. Steht wieder davor. Okay, er ist aber wenigstens endgefährlich. Er rennt... Nicht hinter mir her, nee. Nein, nein. Okay. Ja, kann man schon irgendwie runterholen, aber nicht ohne, dass der andere da irgendwie fast wieder stirbt. Das Problem ist, jetzt hab ich auch keine geliehene Zeit mehr, weil ich die rausgehauen hab. Gut. Warte mal, da geht's ja nicht. Willst du trotzdem dann noch mal zu ihm hin? Ja, ich bin schon da. Okay. Es sorgt sich an mir. Warum geht er denn nicht weg? Was ist das für ein Scheißkiller, Mann? Ja, weil es ein krasster Camper ist. Ja, ich hab halt gar nichts mit sich hart. Ja, der andere ist runter, aber... Liegt auch direkt wieder. Das bringt's halt, ja. Es ist so kacke. Mann, wir brauchen noch Generatoren. Ich weiß überhaupt nicht. Ich muss mal hoch, glaub ich. Ja, er hat sich fertig gestalkt, komplett. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt hinter uns herrennt. Nee, er bleibt bei den beiden da. Ja. Ich repariere mal weiter. Nee, das Problem ist... Ja, er lässt den anderen auch liegen. Sonst würde ich jetzt nämlich runterrennen. Aber das Problem ist, wenn er jetzt, wie gesagt, Rang 3 hat, bringt das gar nichts, da runter zu gehen. Nein, nein, nein. Das bringt erstmal nichts lang. So, mit der Kiste aufgebraucht. Ich seh dich hier dahinten. Ja, ich warte eigentlich auf eine gute Gelegenheit. Oh mein Gott. Schlechte Gelegenheit. Mann! Shit, 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 shit. Verdammt. Okay, ich bin runter. Ja, Vorsicht, er ist auch unten. Ich lieg oben. Du liegst oben? Warte, dann komm ich dich erst auf. Ja, Vorsicht, warte, 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 er kommt. Er kommt zu mir. Zu dir? Ja, ja, ja. Oh Gott. Okay, der Haken ist nicht weit, aber du kannst auf jeden Fall sehr gut den einen herunterholen. Okay, ich hänge. Okay, ich hänge und er kommt zu euch zurück. Vorsicht, er läuft hinter dir her, beziehungsweise hinter dem David. Ja, ja, David. Ich komm zu dir? Ja. Aber ich kann dich nicht unter dem Haken halten, weil... Nee, 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 dann lass direkt auch... Lass mal zu dem anderen dann hinlaufen. Also nach links weg. Ja, hinter dir. So, sehr gut. Der Ande läuft von uns weg. Das ist natürlich ein bisschen doof gerade. Okay. Heile einfach hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Claudette ist ein bisschen ziellos gerade, glaube ich. Okay. Oder sie weicht ihm super gut aus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden. Okay, da geradezu ist ein Generator. Ja. Der da hinten, wo ich hing, war auch schon fast an. Dann brauchen wir noch drei. Ja. Sie holt den gerade runter. Okay. Und hat auch geliehen in der Zeit. Sehr geil. Sehr gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum man wieder so campen muss. Ganz ehrlich. Das ist halt... Wir kennen die neuen Maps ja eh auch noch nicht. Und... Ja. Irgendwie alles. Ich finde sowas immer doof. Ja. Aber da können wir jetzt die neue Map genießen. Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht überleben. Lass uns die neue Map genießen. Ja. Also Yellow Pikachu ist jetzt tot. Ja. Oder Pikachu hat Yellow. So. Jetzt geht mal die Tür auf. Und da geradezu war auch mein anderer Generator. Ja, wie gesagt, da hinten, hier in dem Raum, hier ist auch noch einer. Der ist fast an. Ich glaube, das ist eben meiner gewesen. Kann ich sagen. Ja, zur Hälfte. Ja. Der King Dog ist jetzt auch tot. Oder hing der zum... Doch, der hing jetzt zweimal, glaube ich. Boah, ich bin mir leider gar nicht sicher. Er kommt jetzt wahrscheinlich hier in den Raum. Bin jetzt hier rauf? Ja, weiß nicht. Oder direkt irgendwie unter uns oder so. Ja. Naja, ja. Okay, ist klar. So ein Käse. Naja, ein... Ein Generator ist es noch. Wo ist der? Ich laufe mal nach unten. Na, ich glaube, unten... Will ich jetzt eher weniger fast behaupten. Shit. Herz... Oh Gott, er stockt sich an mir. Fuck, die Wand erneuer. Steht dazwischen in irgendwelchen Kisten. Arsch. Das ist ja auch geil gemacht. Hier habe ich auch gerade so... Oh, da ist der Ausgang. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin wieder in diesem Operatorraum. Oh, ich habe die Falltür gefunden. Oh shit, da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Die Falltür ist bei der... Oh Gott. Oh, ich wollte die Dings umwerfen. Ich habe noch nie so schlecht eine Palette nicht umgeworfen. Oh Gott. Das war gerade süß, das glaube ich so. Oh, ja, ich war einfach nur... Schön, dass es vorbei ist. Okay, ich suche gerade noch so ein bisschen, was ist hier? Naja, schälst dich erst mal echt. Ich muss hier noch nie so. Vielleicht kann ich ihn blenden. Gott, diese Map ist so crazy. Ist er noch auf Stufe 3? Ja, ja. Okay. Du hast rechts noch den Totenkopf. Ja, wer wartet wieder. Warte mal, dann gehe ich mal noch gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo... Das ist schwierig, hier einen Generator zu finden, finde ich gerade. Ja. Also ich hätte gesagt, dass er auf jeden Fall oben noch irgendwo anders sein muss. Na, ich laufe hier gerade oben. Ja, pass auf, er läuft auch oben. Aber er läuft nicht weit von mir weg. Also, er ist weit weg von dir. Ja, also hier ist der Ausgang. Ansonsten geht es zur Falltür. Nee, jetzt will ich auch noch... Ich meine, ich habe jetzt eine Taschenlampe geklaut von jemandem, der tot war. Dementsprechend werde ich die jetzt auch einsetzen. Oder versuchen, sie einzusetzen. Ist er da? Ja, ja. Steht neben mir. Haut mich. Das hat ultra keinen Sinn, Kathi. Weißt du, du holst mich halt runter und... Ich sehe es halt nicht ein, dass man dann... Ja, gut, klar, dass wir dann alle sterben. Aber lieber sterbe ich alle, als dass... Ich überlege gerade, wann ich jetzt am besten komme. Ich glaube, er stalkt sich an mir. Oh, Mensch, Junge. Du bist so ein lamer Bob. Ja, er stalkt sich, er stalkt sich, er stalkt sich. I see, I see, I see. Pass auf, er kommt von der anderen Seite. Pass auf, pass auf. Ja, ich habe jetzt nochmal schon eine Palette. Ja, habe ich gesehen. Okay, er kommt mir hinterher erst mal. Boah, Alter, wie ich mich hier gar nicht zurecht finde in diesem Kackding. Hallo? Wo ist denn hier der Auskomm? Ich komme jetzt wieder hoch. Such die Falltür, such die Falltür, ich bin nicht tot. Na, das schaffe ich nicht mehr. Meinst? Ja, nee, ich bin sowieso fast tot. Oula, dieses Kackding hier ist voll verwirrend. Falltür, Kati! Dieses Kackding hier ist voll verwirrend. Ja, aber ich dachte mir so, nee, ich will das einfach nicht. Ich sehe da einfach keinen Sinn darin. Klar, dann hat er wenigstens nicht alle geholt. Aber irgendwie finde ich das auch kacke, wenn ich dann sage, okay, ich versuch's nicht wenigstens mal. Aber auf jeden Fall, nice camping an dieser Stelle. Oh ja, Mr. Jason Sucker. Du Suckst nämlich wirklich. Ja. So kämpfen bringt da einfach nichts. Ich lasse mich auch sterben. Ja, ich hätte durch die Falltür gehen können, aber nö, nö, da sterbe ich lieber mit dir. Das ist so lieb von dir. Ja, dumm, aber, aber ja. Ja. Ich meine, mir ist es egal, letztendlich so. Ja, natürlich geht er gleich offline. Ja, der fuckt wirklich. Okay, letzte Runde, Kati? Ja, letzte Runde. So, die letzte Runde hat begonnen. Oh yeah. Ich freu mich so. Ich will jetzt nochmal sie als Killerin. Komm, hier. Ich auch. Spielt das Schwein. Also, Anne, macht doch keinen Sinn, liebe Leute. Spielt das Schwein. Der Detective hier mit Anzug sieht auch gut aus. Er sieht mega cool aus. Aber die Jahre freuen wir nicht. Ja, aber ich finde ansonsten sieht er echt cool aus. Grundsätzlich ein schickes Gärchen. So, ähm. Ich spiel mal nochmal Feng Min. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Und ich skil jetzt aber trotzdem nochmal Mac, weil ich möchte nämlich gucken, ob es neue Items jetzt auch gibt, was es wahrscheinlich geben wird. Mhm. Mhm, 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 mhm. Oh. Mhm. Aber es ist krass, dass wir jetzt zweimal direkt auf der neuen Map gelandet sind, ne? Ja, finde ich eh voll cool. Zum Glück. Ich bin so aufgeregt. Ich bin doch bereit. Ich bin so aufgeregt. Oh Gott, ich auch. Ich auch. Ich auch. Wir sind alle einfach aufgeregt. Ich habe jetzt eine etwas komfortablere Position eingenommen auf meinem Sessel. Okay, sehr gut. Und jetzt werde ich sowas von hart überleben. Wir sind beim ersten Mal gekommen. Jetzt habe ich auch noch ein Stück von meinem Smoothie genommen. Dein Smoothie? Mhm. Und jetzt kann alles nur gut werden. Ja, jetzt, äh. Oh Gott, wenn sie jetzt nochmal kommt und kriecht, ey, das ist so creepy. Vor allem, wenn da dann so ein kleines Schweinsköpfchen auf dich zukriecht. Das ist einfach das Creepieste überhaupt, ey. Weil sie ist ja dann so klein und gruselig. Oh. Ich bin gespannt, wenn wir jetzt wirklich das Schwein als Killer haben. Ob, äh, also wie das hier auf dieser Map angepasst wird, weißt du? Naja, da stehen die, da stehen die Kisten einfach so rum, glaube ich. Ja, meinst du? Ja, ja. Ich glaube, die stehen nur in Häusern, oder? Nö. Ich glaube, die werden so rumstehen, denke ich. Vor allem richtig fies an der Stelle ist jetzt natürlich die Tatsache, dass das hohe Gras hier, mehr oder weniger, auch so ein bisschen Deckung für sie noch bietet, finde ich. Oh, ja. So ein bisschen wie bei der Hexe. Ja. Oh Gott, der Dwight hat mich gerade mega erschrocken. Sitzt du denn hier in einem Generator, in einem Oskar? Ja, ich trau mich gerade irgendwie nicht an den Generator, muss ich gestehen. Na gut, ich geh auch an den Generator. Ich hab gerade wieder meine Frau getriggert, die hat gerade wieder angefangen zu reden. Ich weiß nicht, ich kann ihren Namen ja nie sagen, weil sonst geht's ihnen. Alexa, stopp! Ich weiß nicht, was sie denn hier hat. Sie hört dir genau zu. Oh, komm, komm, komm. Auf einmal, weißt du, wie gruselig das ist? Oh, shit. Weißt du, wie gruselig das ist, wenn auf einmal deine Stimme losgeht? Ja, deswegen hab ich das Ding nicht. Und aus mehr oder weniger datenschutzrechtlichen Gründen. Gestern, richtig geil, hab gestern gesehen, dass jetzt der erste Amazon-Go-Store eröffnet hat. Das ist so cool. Ah, es ist Bärenfall, ein Killer. Okay, lame. Lame! Hm, läuft mir nach. Oh, scheiß, die waren drin. Ja, ich seh dich weglaufen. Ich glaub, er hat dich... Nee, okay, er hat dich noch nicht verloren. So, Vorsicht. Hallo! Oh, Entschuldigung! Alles gut. Warte, ich... Ich wollte dich grad decken, aber du bist in die andere Richtung gerannt. Sehr gut. Hab ich gestunnt. Schön gemacht. So, warte, ich deck dich jetzt. Juhu! Passt schon. Vorsicht, er... Kommt! Entschuldigung! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Ich geh dich decken. Okay, dann stirb! Das war so Beckys Reaktion gerade. Ja, sorry, das war irgendwie dumm von mir. War leid. Kein Ding. Ich stehe den Generator an. Nee, es fasst an. Darfst du deinen Zug machen? Jo! Ja, er hat fester Griff auf jeden Fall dabei. Hm. Oh, schade. Ich hätte gerne nochmal den neuen Killer gehabt. Ja. Aber gut, wie gesagt... Aber das Wichtigste haben wir eh gesehen, so. Ja, ja, ja. Wie das mit dem Ding an ist. Er stellt eine Falle, aber nicht in meiner Nähe. Nicht von da, wo du kommst. Zusammen von der anderen Seite. Okay. Er geht zu deinem Generator. Mhm. Ich bin erstmal... Warte noch bis... Ja, ja. Ich hab Gott sei Dank Eisener Wille dabei... Oh, shit, 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 ich geh in der Laufung. Er läuft zu dem Generator, der eben angeht. Läuft da hinten jetzt rum erstmal. Ja, ich sehe ich. Vorsicht jetzt nicht direkt, äh, so... Ja, also da kannst du so... Okay, äh, ich zieh. Der einer hat mich. Okay. Pass. Wir wollen jetzt erstmal, hier wegzukommen. Pass, ich werde jetzt geheilt von Filien. Wir werden alle gerade irgendwie geheilt. Wir heilen uns gerade alle hier. Sehr gut. Heilung, 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 Heilung. Nein, also jetzt reparieren, 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 Jungs. Und dann müssen wir noch das Mädel retten gehen. Er rennt immer noch. Nee. Ja, wie ist es jetzt zu dritt an einem Generator? Wo ist er? Ach, da hinten, okay. So, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen nach hinten weg zu entkommen. Okay, ich bin erstmal weg. Nice. Ich sehe dich rennen. Renn, Becky, rennen. So, Dwight, die hat mich gefunden und heilt mich auch. Ach so. Wir könnten einfach zu meinem Generator gehen, der wäre schon fast an. Der andere wird verfolgt. Ja, ich bin hier weiter, wenn ich gerade erst weiterlaufe. Da ist... Der Generator, in dem sitze ich gerade. Er hat eine Falle neben das große Haus gestellt, ne? Also Vorsicht. Ja. Hier ist auch direkt der Ausgang neben uns. Mhm. Also das wird dann auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Runde jetzt hier. Immerhin mal eine von vier, drei rein. Drei. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Entschuldigung. Gesundheit, alles gut. Geht schon mal zum Ausgang, oder? Ja. Oh. Ja, so viel dazu. Komm mal. Ich heil dich. Der andere Typ macht den Ausgang. Jo. Die war aber auch fies gestellt, die Falle hier. Ja, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Er kommt. Vorsicht. Oh, shit. Egal, Ausgang ist offen. Schnell, heben wir ihn auf. Oh, sehr gut. Schön gemacht, schön gemacht. Trotzdem schön. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reichte nicht. Es reichte nicht. Ich glaube es nicht. Ich hatte es schon fertig und es hat trotzdem noch dieses Mühe gefehlt. Shit, shit, shit. Wo bist du? Hier, warte. Hinter dir. Ich gehe heimisch, ne? Ey, das war so krass. Ich war der Meinung, es wäre fertig, weil sie aufgestanden ist und aufgehört hat. Ja, ja. Aber es war nicht fertig. Kacke. Mega kacke. So, äh. Oh, da hinten. Okay. Hat jemand geliehen eine Zeit dabei zu finden? Äh, nein, leider nicht. So, warte, ich gehe den Okamil noch heilen, dann sind wir zu dritt. Und beide Ausgänge sind offen. Der ist hier beim Ausgang. So. Du siehst Sachen. Warte, 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 warte. Komm. Jetzt komm doch her. Nein, ich habe Herz geklopft. Ja, der Killer kommt zu dem einen Ausgang. Ich laufe zu dem Typen. Ja. Ich werde ihn runterholen. Ja, 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 mach ruhig. So, also wie gesagt, wir haben hier zwei Ausgänge offen. Killer kommt. Killer kommt. Du schaffst es aber. Ja. Ist ausgehakt. Sehr gut. Okay, wie laufen wir jetzt? Na, am ehesten. Ja, ich laufe dem Typen einfach nach. Ja, ja, sehr gut. Lauf ihm nach. Ich bin auch hinter euch jetzt quasi. Ja, er laufe zu dem anderen Ausgang zurück. Ja, 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 ist okay. Ha, daneben. Sehr schön. Nicht mehr daneben. Alles gut. Ich bin hinter dir. Alle nacheinander raus einfach. Sehr schön. Raus, 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 raus. Und tschüss. Hier mal in diesen Ausgang steuern. Ja, den rausfallen. Ja, es geht halt nochmal Punkte für den Killer, aber trotzdem. Da habe ich immer so Schiss, dass es hier vielleicht doch gar nicht so ausgeht und dann fällt man um und ist gar nicht im Ausgang. Oh mein Gott, er sabotiert einen Haken. Das haben wir auch schon lang nicht mehr gesehen. Weißt du noch damals, als wir nach Haken sabotiert haben? Oh ja. Weißt du noch, Kathi, machst du die Generator? Ich sabotiere dabei deinen Haken. Wo ich mich so gefreut habe, dass ich endlich den Sabotage-Perk hatte. Oh ja. Oh Mann, das ist gefühlt schon 150 Folgen her. Ja, wenn nicht sogar noch länger. 200 Folgen bestimmt. Mega, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, der Okamiel endkommt jetzt auch ganz smooth. Hoffe ich. Irgendwie. Ich hoffe es auch. Weil er rennt noch so... Vielleicht schaut er noch ein bisschen nach der Falltür. Ja, ich hoffe, dass er jetzt nicht in eine Falle rennt. Ja, in eine Falle rennt, ja. Ich finde, der Killer hat ihn nämlich echt nervig hingestellt. Hm. Oh Mann. Aber ich will, dass die auch mehr diesen... Ah, ich höre sie nicht. Ah ja, da. Ah ja, krass. Sehr gut. Schwupp. Oh, direkt beim Ausgang ist ja mega cool. Das war halt gut. Ich will das mehr, dass das Schwein spielen. Ich finde, das Schwein sollte mehr gespielt werden. Finde ich auch. Finde ich auch. Finde ich auch. So, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und hoffen wir, drücken wir die Daumen, dass dann das Schwein uns weiterhin verfolgen wird. Und zwar bis dahin sagen wir Tschönen. Ciao, ciao.